Hey und willkommen zu einer weiteren Folge Zelda Breath of the Wild. Letzte Folge haben wir uns unsere Anti-Feuerrüstung voll Stufe 2. Also wir haben jetzt eine volle Anti-Feuerrüstung auf Stufe 2, was dafür sorgt, dass wir nicht mehr brennen. Yay. Okay. Gut. Ähm. So. Jetzt geht es aber hier weiter. Soll ich wieder auf, kann ich jetzt stehen. Geil. Normalerweise hätte ich da Schaden bekommen. Aber ein Lava schwimmen kann ich nicht, soweit ich weiß. Nee. Okay, das wäre auch zu schön gewesen. Kann das Skelett da irgendwas? Schrei in der Nähe. Grimm-Luxus-Geflügel ist immer was Schönes, Feines. Loll, habt ihr, habt getroffen. Äh, ich meine natürlich reines Skill. Ähm. Ähm. So, hoch da! So, hier müsste auch gleich der Schreiben sein. In der Meinung, das ist irgendwie so ein übelst langer Schrein, der hier kommt. Ich kann nicht brennen. Der aber ein bisschen heil wäre dann doch angebracht. Okay, gefeilt. Oh, ich brauche mal eine Waffe, fällt mir gerade so auf. Und tot. So, da ist der Schrein! Der mich auch heilen wird. Ja, ich merke es, seit der Schrein ist ein muslimer-piepen-komisches Gerät. Da-ka-ka-schrein! Das ist gar nicht der Ellenlange! Oh! Das ist der superkurze! Das ist der kürzeste Schrein im Game! Das ist der kürzeste Schrein im Game! Gut! Free Heilung! Und... Und da vorne ist auch Juno-Boar! Hallo Juno-Boar! Hilfe! Hier! Ich kann einfach drüber laufen! Ich bin leise hier und bemerke mich gar nicht. 的一天! Naja! Aua! 的一天! Nehmen wir ihn mal! Hier! Der passt doch mal! Nein, Alter, komm Ich hab mir doch extra gerade geheilt im Schrein Okay, die Viecher sind vielleicht doch gar nicht so schwach Aua Bei Moblins, ihr seid mit Problemen, kannst du dich zurückschrecken Aua Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er so schlau ist und den Erzsammler von seinem Freund aufsammelt Ist er tot? Aua Aua, du bist stark Erzbohrer Ich kann meinen alten austauschen Irgendwie sieht der auch sehr hölzern aus Dass der nicht brennt So, was fresse ich denn mal? Hier, ein Röstapfel Danke, dass du mich gerettet hast Oh, dann Hilfe, ausgezüchtet, Alter Wo ist der Chef? Er kann Ja, kann nicht Was? Er kann nicht Warum denn Rückenschmerzen? Oh mein Gott, die Medizin hat nicht gerechnet Oh, warte Ich bin in den Titan Hast du den Titan? Oh, Darug Ja, aber Gründe Wir kriegen die Brücke nicht runter Aua 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 Wofür brauchen die hier eigentlich Kanonen? Aua 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 Gut, dann beginnt es jetzt tatsächlich schon mit Rudania. Da vorne ist er. Oh mein Gott, Drohnen, was sollen wir nun machen? Oh weh, oh weh, diese Drohnen sind gefährlich. Wetterling, wenn sie nicht sehen, dann werden halt netten. Jetzt komm, los. Kommst du mir rüber? Kommst du mir rüber? Ja. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Verwirrung ist nicht schnell genug. Jetzt schneiden wir den Weg. Achtung, Sprengung. 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 So schnell bin ich jetzt auch nicht. So schnell bin ich jetzt. So schnell bin ich jetzt. So schnell bin ich jetzt. Nagel trinken. Jej... Gut, der Typ verpisst sich. Und renting mache ich auch. Das war's bei der heutigen Folge. Zelda Breath of the Wild. Haut rein und bis dann. Tschau. Tschüs. Bis zum nächsten Mal.